73 hoch 12 22 Trilliarden, 902 Trillionen, 48 Billiarden, 46 Billionen, 490 Milliarden, 258 Millionen, 711.521 Richtig! Die Zahl muss ich vorlesen, weil die hat Jürgen geschrieben. 54 hoch 17 282 Quadrilliarden, 282 Quadrilliarden, 282 Quadrilliarden. 75 Trilliarden, 128 Trillionen, 239 Billiarden, 507 Billionen, 545 Milliarden, 882 Millionen, 230.784 Ja! Die dritte Zahl. 77 hoch 17 117 Quintillionen, 582 Quadrilliarden, 402 Quadrilliarden, 33 Trilliarden, 790 Trillionen, 174 Billiarden, 749 Billionen, 136 Milliarden, 828 Millionen, 787.597. 2 Mal noch und du sitzt auch auf der Couch und bist einer von denen, die es werden können, das Superhirn. Aber wir sind jetzt schon begeistert. 83 hoch 20 240, 6 Millionen, 747 Quintillarden, 534 Quintillionen, 123 Quadrilliarden, 68 Quadrilliarden, 430 Trilliarden, 155 Trillionen, 382 Billiarden, 383 Billionen, 568 Milliarden, 465 Millionen, 895.60.000.000. Und eins. Ja! Rolando kann auch wunderbare Karikaturen zeichnen, hat hier die schönste Zahl von allen gemalt. Und es ist deine letzte und wenn du es schaffst, gehörst du dazu. Es ist 72 hoch 16. 521 Quadrilliarden, 578 Quadrilliarden, 814 Trilliarden, 501 Trillionen, 447 Billiarden, 328 Billionen, 359 Milliarden, 509 Millionen, 917.696. Ja! Ja! Mann!